Hi, mein Name ist Dr. Jörg Haas, Zahnarzt und Business-Owner von M-Way. Ich benutze Clister-Mundspülung seit über 20 Jahren, weil ich Produkte nutzen möchte, die meine Mund- und Zahngesundheit unterstützen. Seine Zähne zu putzen und Zahnseide zu nutzen, sind zwar unglaublich hilfreich, um Plack zu entfernen, aber es gibt Bereiche im Mund und zwischen den Zähnen, die hiermit einfach nicht erreicht werden können. Mundspülung zu nutzen, ist somit ein wichtiger Schritt, den gesamten Mund gut zu säubern. Heute freue ich mich, Ihnen die neue Clister-Mundspülung für diesen dritten Schritt der Mundhygiene vorstellen zu können. Dieses mikrobiotisch-freundliche Multi-Action-Konzentrat hilft dabei, Plack zu reduzieren, den Atem zu erfrischen und die Zahnzwischenräume von Bakterien zu befreien, die Mundgeruch und Zahnfleischentzündungen verursachen. Der angenehm minzige Geschmack enthält sogar ätherische Öle aus von Nutrilite angebauter Pfefferminze. Die neue Clister-Mundspülung ist noch immer konzentriert und effektiv mit all den Vorzügen, für die Sie es lieben, aber jetzt sogar frei von Alkohol und Farbstoffen. Ich bin mir sicher, dass auch Sie das verbraucherfreundliche Verpackungsdesign lieben werden, mit dem als Mixbecher nutzbaren Deckel und der verbesserten Pumpe. Also, wie benutzt man diese Clister-Mundspülung? Zunächst füllen Sie vier Hübe des Konzentrats in den Deckel. Dann füllen Sie diesen bis zur Mittellinie oder mit 20 Milliliter Wasser auf. Als nächstes spülen Sie Ihren Mund vollständig aus und gründlich für 30 Sekunden. Anschließend spucken Sie ins Waschbecken aus. Das war's. Mache Clister-Mundspülung zweimal am Tag, zum Teil deiner Mundhygieneroutine, nach dem Zähneputzen und dem Nutzen von Zahnseide. Oder nutze es, um deinen Atem untertags zwischen dem Zähneputzen zu erfrischen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020